Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart Arcade GP1 Diesmal geht es weiter mit dem Pac-Man Cup Und Runde 1 Ich hoffe mal, dass ich da ein klein Vorteil habe Dizziness Oh, was? Okay Wollen wir mal gucken Sieht natürlich schon alles ein bisschen anders aus hier Zack Und diesmal fährt Bowser mit Zack Oh, wo geht es denn hier rein? Das sieht ja cool aus Aber es sieht schon Ziemlich fröhlich aus Und da besiegen sie sich selbst Jetzt wieder Münzen Die da trugen lasse ich jetzt mal weg Ich weiß noch nicht ganz, ob die Münzen in jede Runde wieder aufgefüllt werden Manchmal ist es so, manchmal ist es so Das verstehe ich irgendwie nicht ganz Oh, es gibt nur drei Runden Das ist aber auch eine ziemlich lange Strecke Jetzt habe ich nicht mal eine Münze bekommen Und Und Zack Zack Schon den Drift nehmen Was? Warum hat er denn umvisiert? Hier sind zum Beispiel die Münzen wieder nicht aufgefüllt Seltsam Und vielleicht wenn man die verliert Kommt die wieder zurück an die alte Stelle Und das Item verpasst Ja Die Musik ist auf jeden Fall lustig Und hier runter geht es wieder Nein Tod Komm schon, lass mich Erster werden Und Ich frage mich, was passiert Guck jetzt Hier sind jetzt wieder die Münzen da Ich frage mich, aber was passiert Wenn man Mal nicht Erster wird Das ist mir bisher noch nicht passiert Pac-Man Mountain Pac-Club event Oh, das klingt deutlich schwieriger Yes Frage Oh Anscheinend ist es so Sowas ähnliches Wie Yoshi Wie diese eine Yoshi Strecke Yoshi's Tal Genau Von N64 Kann ich mir vorstellen Das ist so ähnliches Jetzt habe ich wieder zu früh Äh Gas gegeben A drücken wäre jetzt Falsch Weil ich keine A drücke So, jetzt geht gleich das Labyrinth los Denk ich mal Ähm Hit the Rival to Was? Es stand gerade irgendwas Wo bin ich? Wo zur Hölle bin ich? Das ist ja mal eine richtig coole Strecke Hier kann man anscheinend hoch springen Okay Ist wahrscheinlich sowas wie eine Abkürzung Da hat er mich auch seit Ah, hier kann man runterfallen Ich glaube hier kann man runterfallen Oh, hi Mario Oh, hi Mario Ah, das ist mal eine coole Strecke Zack Also hier sind eigentlich alle Strecken cool Aber das ist mal Äh, ne coole Strecke trotzdem Bei ihm regnet es gerade Bei ihm regnet es gerade Und da geht es wieder Durch das Portal Ich habe keine Münzen, das ist schlecht Was mache ich? Er, er kommt nicht drüber Nein 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 Zack Also hier kann ich auf jeden Fall Abkürzungen nehmen, aber Ich brauche eine gewisse Geschwindigkeit Der ist jetzt nicht wirklich langsamer geworden, oder? Der kommt anscheinend einfach nur Musik Naja Hab schon bessere Items gesehen Oh, ne Banane Die kann ich auf jeden Fall mal fies legen Wenn nicht vorher sowas passiert Aber ich... Ich habe ihn da gedroht Äh, diesmal habe ich es hoch geschafft Zack 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 Sehen wir es nochmal schaff Zack Zack Nein Ah, Mann Schnell weg, bevor mich irgendjemand hier abschießt Ah, Mann Ah, Mann, ist das spannend Oh, was? Da war schon das Tier Puh Oh, cooles Item Giant Mushroom Das kann was werden Yes Und da geht es in Runde 3 So wie es aussieht Werden die Cups immer länger Also von der Zeit her Anfangs habe ich ja noch 12 Minuten gebraucht Zack Weg da, Bowser Das ist aber mal eine andere Also wieder eine normale Strecke Das Gras bremst ganz schön aus Die überholen mich natürlich alle, wenn ich keine Münzen habe Darf ich mal durch? Danke Oh, hier kann ich mir schön Münzen holen Ah, jetzt habe ich eine verpasst, na toll Wenn ich dann die ganze Zeit rum rumgeschossen werde Wirkt sich das natürlich auch nicht positiv auf die Münzen aus Aber ich bin irgendwie grad ziemlich schnell Kommst du so vor? Zack Oh, da wollte er mich grad abschieben Lass mich vorbei Lass mich vorbei Also ich stehe da natürlich schön im Weg rum Ah, zum Glück ist er reingefahren Oh, da kommen grad die ganzen Münzen wieder Okay Immer sofort da ablegen Aber es fährt trotzdem jemand rein Ich muss zugeben Die Steuerung ist auch nicht ganz so einfach Okay Sehr zämmes Item Aber trotzdem den ersten Platz Aber trotzdem den ersten Platz Und den Shined Mushroom Als nächstes gibt es die Trashcan Aus dem Player Yes Ach, es ist wieder so eine Strecke Ach, es ist wieder so eine Strecke Ja, die Item sind ganz gut Und dann geht's gleich weiter Die Vögel bauen auf jeden Fall Atmosphäre auf Ah, Mist Ah, Mist Ich hab gehofft, ich kann die Atmosphäre auf Irgendwie drüberspringen, aber Und dann geht's wieder in die andere Dimension Oh, er hat den Shined mal schon bekommen Tod Großartig anders Das sieht jetzt hier nicht aus Oh, da fährt er Oh, da fährt er Er ist einfach sofort wieder kleiner geworden Ah, das war falsch Er hat grad so dieses Item eingesetzt Jetzt hat er aus Okay Ist auf jeden Fall eine ganz coole Idee Ich glaub so kaum, dass die Bots das einsetzen werden Wenn die bemerken, dass ich Wenn die bemerken, dass ich Wenn die bemerken, dass ich das aktiviert habe Hallo, warum hat der das denn so oft? Ich hab's nie, ich bekomm's nie Ich bekomm immer noch das Oh Mann Hier fahr ich am besten immer drum herum Hier geht das schon besser Auch wenn ich es grad nicht hingekriegt habe, aber Endlich Was bringt das überhaupt? Ach, jetzt habe ich trotzdem keins bekommen Was war das? Ich ziehe auf einmal an allen vorbei, was ist los? Auf einmal werde ich total schnell und fahre an allen vorbei Kann man auch nicht lenken Auf dieser Auf diesem Teleportations Streifen Keine Ahnung Ich das nennen soll Zack Anscheinend liegt es wirklich an den Münzen, dass ich zu schnell bin auf einmal Man merkt es so richtig, wie man an den anderen vorbeizieht Auch wenn da unten immer noch 99 kmh steht, aber Erster Nice Und dann gehst du zur Challenge Springe, um die Monsterattacken zu überwinden Überwinden Oh Das sieht jetzt Das sieht jetzt mal ein bisschen schwieriger aus Ähm Ah, es war zu früh Ah, ganz gut Wieder 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 Ich richtig zusammenzucke Hä? Das ist doch hoch und runter gegangen Nein 3, 2, 1 Ja Was war das denn? Pac-Man Cup completed Nice Ist das ernsthaft Tinkerbell? Haha Pac-Man Clear Nice AC Clear Standard Cup Keine Ahnung So, kurz sprechen Ähm, das war's dann mit der Folge Nächstes Mal sehen wir uns beim Bowser Cup wieder Und ja, tschüss